Ein ganz romantischer Film. Hier ist das Dach und hier geht es weiter. Wunderbare Dachaufbauten. Keiner weiß was kommt. Und was wir jetzt zu sehen bekommen, Leute, ist eines der letzten ganz großen romantischen Erlebnisse dieser Welt. Und es ist eine Originalpinkelrinne. Hier wird reingepinkelt und hier läuft es ab. Freunde, sowas gibt es gar nicht mehr. Das ist ein historisches Ereignis, ein historischer Film. Und nun muss ich aufpassen, dass ich nicht auf die Fresse fliege. So, ein historisches Ereignis. Otto Gabs, seine Pinkelrinne. Freunde, sowas gibt es nur einmal. Reise so schön geht's. Hallo. Vielen Dank.